Gerne zeige ich dir in Outlook, wie du eine E-Mail zurückfordern kannst. Ich habe da eine E-Mail an Herrn Birrem gesendet. Das heisst, ich gehe unter Gesendete Elemente, öffne diese Mail, die ich ihm da gesendet habe, die ich wieder zurückfordern möchte mit Doppelklick. Vergrössere das einmal. Dann kann ich da unter Nachricht, Aktionen, kann ich diese Nachricht erneut senden, diese Nachricht zurückrufen. Kann ich anklicken und wichtig, die Nachricht kann im Posten kann der Empfänger befindlichen Kopien sie noch löschen oder ersetzen, solange er die noch nicht gelesen hat. Das heisst, ich klicke da auf OK und dann steht da, Sie haben am Donnerstag, 25. Februar, diese Nachricht zurückgerufen. Nach einer kurzen Weile kommt mir dann die Benachrichtigung, dass die Nachricht Rückruf erfolgreich war und somit ist die Nachricht jetzt wieder gelöscht bei Herr Birrer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.